Scheiß Husten, ne Scherz, ne Scherz, ja danke, Gesundheit, und tschüss und willkommen und wo sind wir überhaupt, was machen wir denn heute, mein lieber Coco, wir sind in der Hölle und wissen nicht wo wir hier sind, naja oder das, und stuff, ja und jetzt aber mal, Spaß beiseite, zurück zum Thema, es ist wieder Zeit für Let's Play, die Cydia Final Fantasy, schade Impulse, Jawoll, mit Shatterfink 2k7, und einem völlig verrottsten Shattersoft hat er noch ein, na egal, scheiß drauf, rotz drauf, was auch immer, so, das hatten wir ja schon, na, nach langer Zeit, das hab ich gemacht, das hast du ja angeguckt, jo, okay, let's go, Chapter 3, mit 8 Difficulties, Chapter 3, while time grows short, only a cruelly short time remains for the world, day of reckoning, quickly approaches, let's do this, with Leon, der schon auf Level 58 ist, 58 ist, der ist Level 50, ja, ich wollte erst, ich wollte erst 80 sagen, ah ja, jetzt auch gleich 666 sagen, as long as the god chaos lives, there could be no end to the forces of discord, oh, das stimmt, he's just pissed, because he has no penis, und bring back peace, there is no alternative to defeating chaos himself, leider, ja, tolle Wurz, but discord continues to spread, threatening to devour the smallest shred of harmony, even the warriors, who had continued to fight, are starting to sense their own end, ne, also ich sensore mein end noch lange nicht, sensst du dein end? nö, dieser Chaos ist doch nur angepisst, weil er keinen Schwanz hat, echt mal, mal, tanko short, alter, klar, zieh dich mal um, das ist, das ist, das ist ja immer ein guter Punkt im Spiel, mein Gott, er verschwindet, er hat ein Kristall ausgeschissen, das sah mir mehr danach aus, and he's gone, oder auch nicht, schade eigentlich, I think our time is running short, chaos, ruler of discord, there is no end to the conflict, unless we defeat him, whether he's a god or not, we've got to try, no, na, in my last part, triple fight, ähm, fight, äh, vor dem fight gegen Emperor, is ja Cecil da, ne, der Dark Knight, we swerst mich, nach dem fight, ist das seria nach dem fight gegen Imperon, ist plötzlich die Zwiebel statt ihm da, aber, aber, was aber, sprich weiter, So, nicht so scheu sein. Oh, oh, ich höre Flames. Of course it is, Cloud. Nicht nur die Welt kreit, ich kreie auch gerade. Hast du gut erkannt, Cloud, die Welt war weit. Du hast einen Kegs. Tja, die tut's dir gleich, du Emu. Oh yeah, das ist nicht noch mal. Dreiecks-Konstellation. Oh, gegen alle Gegner, nicht schlecht. Ui, und we can't get bonus. Oh nein. Ah, Level 53, den packe ich doch. Andererseits, win. Within 20 seconds, is that even possible? Ja, Moment. Win without taking damage, lässt sich einrichten. Andererseits, Level 19, ha, lässt sich einrichten. Und hier, hier, das ist das. Booster Accelerate Multiplier größer gleich 8 Mal. Hä? What? Gibt's das auch in Deutsch? Ah, jetzt verstehe ich. Oh Gott, hier, mh. Meine Fähigkeiten wären ja hier, äh, entweder mal 1, mal 2 oder so. Und das muss ich auf, oh, das muss ich auf größer gleich 8 Mal bringen. Träumen mal schön weiter. Außer, das ist gar nicht hinzukriegen. What? Außer, wenn wirklich alles trifft. Also, was weiß ich, was, in X-Mode und das und schieß mich tot. Lässt sich einrichten, allerdings muss ich da Vorbereitungen dafür treffen. Naja, einen Nerd hast du ja hier schon frei. Ja, aber den sollte ich nicht als erstes angreifen, weil damit würde ich einen Zug verschwenden, sag ich mal so. Hm. Wait, what's wrong with your Chocobo? Ist der nicht aufgefallen, dass der schwarz ist? Oh nein. Der schwarze Chocobo gibt mir nur Erfahrung. Das ist gut, um auf Level 100 zu kommen. Schnell auf Level 100 zu kommen. Der fette Chocobo gibt mir nur Items. Also, kein XP boost. Das ist ein typisch fette Chocobo. Okay, was mach ich mal? After 30 Sekunden. Mist. Das muss ich irgendwie einrichten lassen. Shimmering... Ah. Bravery Orb. Nee. HP gleich 100%. HP... Moment, ich kann ja mehrere HP-Sachen ausrüsten. Das ist eine gute Idee eigentlich. Nee. Muah! Hahaha! Das war definitiv evil. Okay, gleich 3%. Definitivly. Nae dem Gegner, HP angreifend, in Bewegung. In the middle! In the balls! Nae dem Gegner, kann ich auch lassen. HP angreifen. Hm. Oh Gott, I need you in the balls, and that will hurt. Emotion, nae dem Tod, na der Niederlager. Break! When you are in danger of break. When you have a chance to win. When you breathe is a multiple of fear. When your axe gorge is full. Hm. Ah, once you have used a summon. When you have not yet used a summon. Das klingt auch nicht schlecht. Somehow. Okay, jetzt dürfte ich schon ein bisschen was haben, aber da lässt sich doch noch mehr boosten. Da lässt sich doch noch mehr rausholen! Aus der Maschine lässt sich noch mehr rausholen. Hauen wir Nitro-Einspitzung rein. Scheiße! Ich hänge jetzt die Zeit ab! Hehe. So, das beides trifft zum Beispiel so gut wie immer zu. Außer wenn ich Schaden nehme. Hahaha. Hm. Aber wieso willst du denn die Zeu da verhängen werden? Hm. Hm. Okay, ich weiß nicht, Schlag-2 fliegen mit einer Klapper. Track one bogey. Ne. Schwing! Redcap. This is getting old. Okay, retry. Ja, ich wollte eigentlich hindashen, aber die Störung später wird noch ein bisschen. Das hat sich an Leon... Ähm... Hallo? Hallo? Das hat sich an Leon... You're gone! This is getting old. You're going through the stone and going to die, I know you're dead. And you're dead! Dp I wanted. Ich habe mich das im Urlaub vermisst, ey. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich K-K-K-K-Klare habe. Hast du? Ja? Du bist vorbei. Du bist fertig! Deswegen hast du jetzt ja auch durch diesen Kristall geprübelt. Ich nehme dich wieder. Gut, reicht noch. Irgendwie läuft das doch ein bisschen shitty. Okay... Wuh... Okay... New Accomplishment Mission accomplished Not really Hehehehe Fuck you Hmm... Na ja... Hmm... Das sieht so lustig! Dann muss ich noch mal ein Schott machen! Ah, ich habe ja neue Fähigkeiten in eurem AP-Attack! Das dürfte Revolver Drive sein! Jopp! Ist Revolver Drive! Wieso willst du nur Revolver fahren? Die Steuerung lag ein bisschen! Irgendwas ist hier faul!